Hallo, ich bin der Al-Hakim Mohamed und ich bin der Geschäftsführer von seopictures.de und wir sind zuständig für professionelle Produktfotos. Was unterscheidet Amazon von anderen, wenn es um Produktbilder geht? Also sagen wir mal so, Produktbilder sind Produktbilder. Allerdings, auf Amazon zu verkaufen, ist wie in einem Haifisch zu schwimmen. Bedeutet, du musst perfekt sein, du musst in jeglicher Hinsicht so gut aufgestellt sein, dass der Kunde sofort dein Listing, dein Produkt findet, um auch bei dir zu kaufen. In einem anderen Marktplatz, wo die Mitbewerber schwächer sind, kannst du natürlich auch, wenn der Kunde bei dir ist, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Bei Amazon ist, weil die Mitbewerbszahl so viel ist und die Konkurrenz so stark ist, musst du auf jeden Fall wirklich in jeglicher Hinsicht so perfekt, dein Auftritt muss so perfekt sein, dass der Kunde auch tatsächlich bei dir kommt oder bei dir auch bleibt. Weil, kauft er nicht bei dir, hast du Werbekosten verloren, dann machst du Minus, sogar bei einem Klick. Bis zum nächsten Mal.